Es war schon immer so, unser Büroherz brennt Dezember, Rauch steht auf Straßen wie Gangster, wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt und ein Blitz... MD5Works Salon, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, jetzt zum Test die Gold, das Goldfunken-Raketensortiment von Funke, fette Raketen, bestimmt, ja genau, 120 Gramm NEM und alle insgesamt verteilt. Und ja Freunde, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Test. So, genau, dann jetzt das Goldfunken-Raketensortiment von Funke. Alle drei, wir machen erstmal die blaue. Noch nie gehabt, ich bin gespannt. Alter, dieser Hall ist brutal. Hast du dir alles gut draufbekommen? Jetzt die nächste. Jetzt machen wir mal die rote. Junge, was denn größter Heiliges? Ach du Kacke. Das ist so. Junge, wie krass. Das ist so laut, Leute. So und jetzt. Die letzte. Gelb. Junge, wie krass. Wow. Oh mein Gott, bis zum Boden. Filmst du an? Oh, ja, ja, hab's das. Oh, super. Geiles Teil. Ja Freunde, richtig fette Raketen. Ich glaub, 20 Euro für sechs Raketen. Teuer, aber richtig geil. Das war's dann mit dem Video. Liked das Video, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann, ciao und bis zum nächsten Video. Bester, ich schieß ein Bündel Raketen. Im grauen Winter, nebel, bunter Sternenregen. Der Knall lässt die Erde beben. Und die Viskus, sie brennt. Funkenflut bis zum Start. Bis sie abhebt majestätisch in die Sphären der Nacht. Blackbox bis 10.000 Grad für Rohrblut. Nico Flash, Bang, Salud, Sterne kriegen bunt.